hallo weiß support net surft mein name ist jakob und es geht heute mal wieder um webbrowser games da ist ja durch html5 eine ganze menge möglich geworden und diese seite skira arcade die versammelt eine ganze reihe von kostenlosen html5 games was ganz besonders schönes viel gelobt ist blaze zero was so ein bisschen dieser space invaders geschichte nachempfunden ist und das wollen wir uns heute mal anschauen geht also darum sich nicht treffen zu lassen und sich aber gleichzeitig auch den weg frei zu schießen tja und da hat es mich erwischt probiert das ruhig mal aus es gibt top games gibt also ganz verschiedene spiele im angebot hier und ein highlight ist auch dass skira selbst ein baukasten anbietet mit dem man seine eigenen games angeblich auch ganz ohne programmierkenntnisse zusammenbauen kann das werden wir demnächst mal ausprobieren und dann weiter berichten bis zum nächsten mal bei support net surft